Darf ich jetzt machen? Ja, jetzt ist das schon in der Aufnahme drin, Siro. Ja, mach dein... ja... Ein Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Dead Space 3, meine lieben Freunde. Wieder mal mit den neuen Knight hier am Start und so, ne? Ich heiß nicht Knight. Okay, Knightmare Area. Nein, ich heiße auch nicht Knightmare Area. 3000 Knightmare. Nein, das weiß ich auch nicht. Du weißt, wie ich heiße. Äh, 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 Alex? Nein. Nein. Äh, Fabian? Du weißt das doch, komm schon, wer bin ich in Dead Space 3? Fängt mir den an. Der Markerboy. Markerboy. Hauptsache, Siro, deine Begrüßung ist verkackt, weil in der Aufnahme ist jetzt mit drin, darf ich jetzt anfangen? Das können wir ja cutten, aber... Nein, das war's nicht drin, das war's nicht drin, das war's nicht drin. Habt ihr einen kleinen Einblick im Hintergrund so? Ja. Wo das alles entsteht und so, wisst ihr was ich meine? Nehmen wir, wir haben jetzt die Nehmission, ne? Wie beginnt die Nehmission? Das ist gleich hier, ne? Ja. Ich seh dich. Schätze, du hast clever genug, es durch meine Sperre zu schaffen. Aber bevor du dir selbst auf die Schulter klopst, solltest du wissen, dass das den leichte Teil war. Dein Tag wird noch um einiges schlimmer. Wer sagt, dass es Tag ist? Komm mal über dir. Ja, ich hab da was knistern gehört. Ja, einfach alles an den ganzen Küchert vorweil ist. Haben wir Geld. Nebenbei, die Nehmission ist crazy und so. Ja, ich hab nur was knistern gehört und dachte, du, ey komm es auch nicht. Machst du heute Sushi? Oh, lecker. Darauf steh ich. Glaub ich dir. Aber warum die nicht runterspringen, kapier ich nicht. Ich mein, du wirst direkt runter den und die schillen erstmal auf ihre Erde. Ich bin halt cool. Na? Hast du nen geilen Stachel? All die infizierten Soldaten, sie sollten hier sicher aufbauen stellen. WTF? Denkst du, du jagst mir ne Kugel in den Schädel? Aber ich habe hier ein Armeidas Gegenteil behauptet. Da müssen wir eigentlich letztelang, wir müssen da sein. Ich muss sagen, ich klettere hier erst nach oben. Eiskalt. Wieso? Ah, ich muss mal mein Sucherboard einsetzen, wo der jetzt am besten ist. Den hast du noch gar nicht eingesetzt bis jetzt, oder? Ne, ich habe noch nicht ne Stelle gefunden, aber ich überleg mir grad echt im Korb. Könntest du den nicht an die Stelle einsetzen, wo ich den einsetzte? Ne, 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 dann wird ja gelischt, sag ich mal. Da kann man den nicht normal benutzen. Ich überleg mir ernsthaft, ob ich den Sucherboard nicht einfach irgendwo benutze. Im Korb wegen, ja. Ja, besser als wenn du jetzt gar nichts mehr findest, ne? Ja, ja. Ja, okay, man findet schon öfters. Toll, ob wir jetzt die Leiter genommen hätten oder so. Ach, scheiß drauf, ich benutze den jetzt einfach. Scheiß drauf. Ich will den jetzt mit ein paar Resourcen so. Eins, zwei. Ja, ja, schön, ruhig, ja. Das ist so nass. Und jetzt wird's richtig lustig. Computer, Sprengstoff scharf machen. Halt die Fresse, wie er ist. Jetzt geht's los, Kollege. Das wird jetzt ein bisschen hart. Ich weiß nicht, wie er es im Korb ist. Bei so einem Singleplayer war es schon hart. Der will uns umbringen, oder? Na ja, so schaut's aus, ne? Kleiner Hundesuch. Ja, ja. Da sagt sie sowas. Geh weg von mir! Das ist ein paar Stabenteckwitsch. Ich sehe hier was von der Quarantäneabriegelung. Alles okay bei Ihnen? Nichts ist okay. Ich bin eingesperrt. An einer der Wände muss eine Überbrückung sein. Okay, ich nehme mich dann nach oben, sobald ich nicht mehr eingegriffen werde. Oh, ne, Spaß. Naja, ich mach's nur hier. Ich kenn's auch schon. Hab hier alles für meine Rolle. Oh, nice. Du musst doch zeigen. Achtung! Kontamination registriert. Quarantäneabriegelung aktiviert. Wo kommen denn die Muschis? Ach, da vorne. Oh. Jetzt ist er runtergeplumpst. Warte, da ist er. Warte mal. Gib mal, gib ihn! Der ist glaub ich tot. Ja, da unten ist noch einer. Guck mal, der hängt da. Da mag ich mal. Oh. Warte. Ist tot. Warte. Warte. Ja, kotze mich voll. Oh. Achtung. Noch bin ich mal langsam. Registriert. Gegen der Kotze. Registriert. Ich hab was gedacht, aber. Wie war das scheiße? Wow. Passt das? Überall. 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 Ja, genau. Oh Gott. Ist das hier schwieriger jetzt für dich als im... Ne, ich weiß nicht. Ich hecke mal hier. Ganz kurz. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier genau kommen, also. Aber ich glaub nicht. Wie im vorletzten Partner mit Hitris, dann beschütze ich dich einfach. Aber ich glaub, hier kommt nix. Fertig. Okay, super. Überbrückung akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Ich glaub aber, der weiß, dass das mit der Schafen kommt. Und der macht das nur so zur Belustigung. Oh mein Gott. Da oben geht die Partie ab. Ich bewerf den mit so einem Kalisten. Schade, dass es nicht irgendwie richtig geilen Schaden macht. Das ist klar. Wow. Hier, Hammer. MTB. Junge. Sicherhaftes Vollraum, alles hinzulegen, was sich bewegt. Gut. Aber dein tolles Arsenal hilft dir jetzt herzlich wenig. Elektrizität kannst du nicht killen. Doch, wetten. So. Alles gesammelt hier? Ja. Oh, ich glaub schon. Nice. Geh du vor. Okay. Ich will noch mal so eine Anstiegsstation. Etwas hat eine Art elektrische Falle ausgelegt. Sieht nach was selbst gebasteltem mit Kurzstreckentransmitter aus. Kurzstrecke, was? Da oben ist doch was. Das Steuergericht muss in der Nähe sein. Wenn sie es finden, ich schieße darauf. Danke. Gut. Ich wollte drauf schießen. Ist ja geil. Einer muss jetzt nach oben ziehen und einer muss drauf schießen. Geiler Scheiß. Find ich ja geil. Das war nicht im Singleplayer so. Da muss man halt nur drauf schießen. Ja, ein bisschen muss der Coop ja was anderes machen. Das wäre sehr langweilig. Vielleicht aber auch nicht. Ja, genau. 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 Ich kümmer mich die ganze Zeit um die Fischer da. Wenn wir noch ankommen wollten. Alle tot. Jetzt tu das mal hoch. Ich beschieße das mal mit nem Stachel. Bitte. Warte, ich komme da grad nicht ran. Alter. Alter, ich will die ganze Zeit einen Stachel haben irgendwie. Ja, ich merke das schon. Geh mal weg kurz. Geh mal ganz kurz weg. Das ist mein Stachel. Gehs jetzt? Ah, jetzt. Habs. Und? Dann geht ihm. So, ähm, ich schau mal eben, dass ich mir ein Medium schlucke. Würde ich mal machen, ne? Ja. Somat. Immer dieses Somat. Der denkt immer an Somat-Skill. Ja. So heißt das. Gut, wo ist jetzt hier wieder so ne Scheißsache? Äh, das ist da unten da. Wo? Ja. Aber ich glaub, damit kommst du nicht weit. Das ist verlangsamt nur. Das Gegner und so ist halt so ne Stase. Ja, so ne Stase-Explosion. Hm, genau. Hm. Hm. Hm, so. Was hat der hier denn da? Eine Upgrade-Platine. Äh, WTF? Nachladen. Oh, das können wir durch den Nachladen-Clip ersetzen. Dann haben wir noch plus einen Clip, weißt du? Ja. Ah ne, das können wir durch den einen Clip ersetzen. Und haben dann, ähm, weißt du? Ah ja. Äh, anstatt den einen Clip auch noch plus einladen und das Soligrant gestarrt. Jaja, genau. Mit dieser Explosions-Stase. Ich dachte nämlich, wir sind auf einmal langsam. Einfach gutes Teamwork, oder? Oh ja. Ich hab's nicht weggefasst. Ich pass auf deinen Arsch auf, würd ich mal sagen. Tja, ist ja nicht umsonst. Den Stacheln will ich nicht. Nein, den Stacheln auch nicht. Auch gut, dann hab ich den Kiesel kaputt gemacht. Jetzt hab ich einen Stacheln. Der ist ein Stacheln. Oh ja. Von FSK 18 und da fahrt's nur. Hallöchen. Okay. So. Komm aber gut voran, ne? Aras, ich guck mal kurz die Sucher-Bot hier irgendwie. Der zeigt mir, dass ich ihn hier gleich mal einsetzen kann. Warte, ich hab den... Geh mal kurz weg, Zero. Hm, bin weg. Ah, ah. Geh mal kurz. Geh mal kurz. Was soll das wieder? Vielleicht, ihr werdet es nicht, dass man die Gravitationsummantelung invertieren und jemanden an der Decke festtackern kann. Ich hab's auch erst gewusst, nachdem ich das probiert hatte. Hör zu. Steig in den Gravitationsfluss. Oder hast du Schiss? Ich hab Schiss. Durchmachen. Nein, nein. Oder mach halt. Mal gucken, was passiert. Ja, ich sehe. Weil es umgelöst wurde, ist der Energieverbrauch der Umweltsteuerung kurzzeitig ausgeschlagen. Da muss er die Energie abzapfen. Die Umweltsteuerung ist nicht weit von Ihnen entfernt. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Danke, Papa. Hier ist nur eine Bank für ihn. Platine und so. Ah, okay, gut. Warte. Ah ja, ich guck auch mal, wie viele Medi-Kits ich habe. Ah ja, die Platine, genau. Äh, unter Waffen herstellen. Ja, die ersetzt sich halt durch diese einen Plus-Clip, weißt du? Mhm. Ich hab jetzt alle Dinge uns gekauft. Alle Platinenplätze. Echt jetzt? Mhm. Man kriegt ja die ganze Zeit Platinen und den weiß ich dir halt alle. Also, nur die zwei Orangen könnte ich mir jetzt insgesamt leisten. Ja, weil ich die ganzen Sachen halt verkauft habe, weißt du? Ja, so. Ja, ich hab keine Platinen. Also, doch. Klar, doch. Ich hab doch eine Platine, die ich verkaufen könnte, oder? Ne, hab ich nicht. Doch, einmal ein Clip hinzufügen, genau. Verkaufe ich jetzt. Tee, verkaufe. Halte ich eine Halbleiter und Altmetall aus. Mann, ich will immer eine Anzugstation finden, wo ich echt mal meinen RIG verbessern kann. Ich hab, ich glaub, schon so viel gesammelt mittlerweile, dass ich das echt mal verbessern könnte, ne? Ja. Ja. Ich, Altmetall habe ich jetzt eigentlich, beziehungsweise Wolfram 34, ja, hab ich sehr viel ausgegeben, grad. Ja, okay, aber du hast doch schon alle Plätze, ich hab grad mal so einen Platz gekauft. Die hab ich ja grad alle ausgegeben, wegen den ganzen Plätzen. Hauptsache, die hab ich jetzt. Du darfst ein paar mehr sagen, du hast ein paar mehr Sachen verkauft, deswegen, ne? Mhm. Gut, äh, ach da ist ein Leiter. Hier gleich in der Nähe kannst du dein Sucher-Bot abstellen nebenbei. Denkst du, das ist hier? Ja, ich hör schon. Aber ich weiß nicht, wo direkt. Ah, hier doch, direkt hier. Nein! Der ist morgens drüben hier. Der ist ja einfach drüben. Achso! Alter, von hinten! Na ja. Ich mag's fälbchen, Mann. Also ich hasse das bei Electronic Arts Spielen, ne? Wie der Sound immer doppelt kommt, das war auch bei BF3 so. Hm. Ja, wo ist das Teil jetzt? Ach da. Ich hab's nach oben schon gemacht. Hab ich mein Sucher-Bot jetzt abgelegt oder nicht? Doch, hab ich, glaub ich. Wacht so, ich schieß drauf. Wenn der weg ist, hab ich das abgelegt, ne? Wenn der weg ist. Äh, ja, wenn er weg ist, dann hast du abgelegt, ja. Ja, aber das ist so, wenn ich's glaub ich mit Audacity aufnehme, dass der dann diese Scheiß hat mit dem Doppel, äh. Ja, aber bei BF3 haben wir auch noch nicht mit Audacity aufgenommen, von daher. Oh, Mann, oh. Hier kann man diese Torch-Dingen-Stangen. Ja, diese Torch-Dingen, ja. Die müssen halt herstellen. Ja, klär mal für die Leute, was das ist. Also Torch-Stangen findet man nicht einfach. Die kann man nur herstellen. Und ja, dann kann man die halt da benutzen. Aber die kosten halt, boah, wie viel? Zehn, fünf Wolfram, also. Naaah. Und im Endeffekt, äh, sind da jetzt nicht so die besonderen Sachen drin. Na, es geht. Also, Platine öfters, mal Pläne für ne Waffe irgendwie. Aber wer auf Rick gerne gehen will oder irgendwas anderes mit dem Wolfram machen will, der lässt das halt. Ja. Ja. Hätte ihn selbst überlassen. Ja. Ich war deine Schikiste, aber irgendwie hab ich das Explosionsdingen. Super gesund, den ganzen... Naja, Zero hier... Denken wir mal den geilen Scheiß und so! Gönn dir! Ne, aber jetzt geht's glaube ich wieder zur Sache, ja... Das ist jetzt mein voller Ernst! Ich kann dich nicht einfach in die Umweltsteuer umlatschen lassen! Tut mir leid, aber ich will nicht sterben! Ah, ich seh den Sprengstofffotik! Ich hab für den einfach den Sprengstofffotik kaputt gemacht! Ich weiß! Hab ich auch einen Singer Player gemacht! Das sehe ich dir gar nicht hinzu. Aber bringt leider nicht so wirklich viel. Ja, man sieht sich schon. Wie Robils, die Gegner zünden. Ich mache hier etwas anderes. Was machst du denn? Irgendwie aktiviere ich gerade Wasser, aber ich bin gleich zu. Wir können eigentlich erstmal die Gegner erledigen. Ja, die kommen ja noch eine Weile denn nicht mehr. Ist ein bisschen besser. War. War. Ich konnte. Bist du eigentlich noch im Kampf? Ja. Klar. Ich dachte, du wärst jetzt schon am hacken oder irgendwas. Keine Ahnung. Ja, ich habe unten schon was eingestellt mit Kleinigkeiten. Ne, lass es einfach. Wie gesagt. Hilfe. Ach so, Explosionsvicher. Ah, ich sehe es. Oha. Alter. Alter. Ja, ich freue auch auf, dass ich gerade schießt, aber... Es hat mich schon betrachtet gerade, aber... Ich habe es noch überlebt. Leck mir die Eier. Oh, jetzt geht's zur Sache. Habe ich dir wieder gestachelt. O. Alter, ja, genau. Fress mich, du Geiles. Oha. Dein Spaß gehört mir, Baby. Oha. Ich hau auch nur drauf. Alter, wie wir das auseinandernehmen, das Vieh. Oh ja. War's das? Ich glaub das war's jetzt. Nee, hier ist noch ein Vieh. Ja, guck, hier ist noch einer, ein Vieh, das hat man eben noch gehört. Ich geh mal nach hier unten, das ist da noch irgendwo. Oder? Ich glaub nicht, jetzt kannst du da hacken. Ah, das ist das, okay. Ich verstehe. Das ist etwas schwieriger, aber ich glaub das ist erst mal leicht noch. Das ist etwas schwieriger, aber... Ja, aber davon kriegt man halt noch mehr. Ja, was die halt schon irgendwie aktiviert gehabt. Die muss man halt richtig positionieren, Alter. Ja genau, ich glaub, du musst jetzt auch was. So ist das ja richtig. Ja, oder so halt. Ja, bis diese weißen Punkte kamen, das ist richtig, aber die da oben gehen. Aber ich kann, man kann die da oben nicht verändern, hab ich das Gefühl. Doch, doch, alle kann man ändern. Aber ich kann irgendwie nur den da. Ja. Warte mal. Äh... Also so ist es richtig. Der oben in der Mitte ist richtig. Warte mal. 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 Warte mal.